Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, ich bin da für euch in Dragonflight unterwegs und sollte euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke Magma Mammut Mount hier und zwar schimpft sich das unterirdisches Magma Mammut und diesmal haben wir hier quasi so eine blaue Version. Wir kennen ja das Grundmodel schon als Rot-Lava-Version und jetzt ist dasselbe hier nochmal mit einem blauen Anstrich. Wo kriegt man das Ding her? Und zwar sind wir einmal in der Zara-Lek-Höhle und dort können wir das von einem Händler kaufen über eine Ressource. Und zwar schauen wir jetzt gleich schon mal im Mount Journal rein, da haben wir nämlich einmal die Ressource auch, begehrtes Ornament schimpft sich das und wir brauchen insgesamt 100 von diesen Marken. Ich habe mir das Mount ja wie ihr seht schon gekauft und ja, sobald ihr das nämlich gemacht habt, ist es nicht mehr hier bei dem Händler mit drin. Beim Händler gibt es nämlich auch noch ein paar weitere Items auch für diese begehrten Ornamenten. Es gibt dann nämlich noch ein Pad, das kostet 50 und ein weiteres Mount, das kostet 400, heißt da muss man eine ganze Menge von farmen. Diese Ornamente können wir von einem anderen Händler kriegen und zwar steht der direkt daneben, das ist der hier und der verkauft uns ein Ornament gegen ausgegrabene duftende Münze. Und wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal erklären. Die ausgegrabene duftende Münze bekommen wir von den sogenannten Horn-Events, das sind diese hier. Auf der Map seht ihr die jetzt gerade bei mir, ich habe da ein Addon drauf, das heißt Tomcat Tours. Dann werden die nämlich alle angezeigt auf der Map und dann kann man die da ein bisschen angenehmer abklappern. Bei diesen Events handelt es sich um World-Events, die sind ähnlich wie World-Quest, nur dass alle Spieler den Fortschritt dieser Events quasi vorantreiben können. Es ist im Endeffekt so, ihr fliegt da rein in so ein Event, die werden dann euch auf der Map auch angezeigt und wenn ihr reinfliegt, dann habt ihr irgendeine Aufgabe zu tun, irgendeinen Mob töten, ihr müsst mit Sachen interagieren, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und meistens müsst ihr irgendeinen Balken auffüllen für irgendein Ereignis und wenn das passiert ist, dann ist das abgeschlossen und alle, die mitgeholfen haben im Event, kriegen ihren Loot. Es ist, und ich sage hier ausdrücklich mitgeholfen, wenn ihr euch nur AFK reinstellt und ja, ich habe das schon probiert, kriegt ihr nichts. Also ihr müsst da irgendwas zu dem Event beisteuern, dann kriegt ihr am Ende eine Kiste und in der Kiste sind dann diese Münzen drin. Es gibt dann halt verschiedenste Events, es gibt dann, wenn dann eine blaue Kiste oder eine epische Kiste, in der blaue können 1 bis 3 oder sogar 4 drin sein von den Münzen, in der epischen sind eigentlich 5, 6, 7 bis zu 8 sind da glaube ich drin von den Münzen. Und wie gesagt, diese Münzen könnt ihr dann wiederum bei dem NPC umtauschen in die anderen. Wichtige kleine Randinformation, diese ausgegrabenen Duften in Münzen, die sind seelengebunden. Heißt, ihr könnt in der Woche nur eine gewisse Anzahl mit einem Charf haben. Wenn ihr die aber hier umtauscht bei dem Händler gegen die Ornamente, die sind Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr 10 Max-Level-Chars habt, alle hier hinfliegen, immer diese Events mitnehmen, die dann umtauschen und auf einen Char schicken und euch dann die Mounts kaufen oder das Pad auch. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ihr solltet vielleicht beachten, dass ihr die duftenden Münzen auch noch für andere Sachen braucht. Und zwar hat der Händler hier verschiedene Truhen. Einmal hier Truhe des Welblings und dann Truhe des Drachen gibt es hier auch noch. Und die könnt ihr euch kaufen für diese Münzen. Die sind aber die seelengebundenen Münzen, wie ihr seht. Und das sind einfach so Tokens, um euer Gear abzugraden. Ich habe mir jetzt die größeren Token schon gekauft, die Drachling-Dinger. Die scheinen anscheinend wöchentlich zu sein. Bedeutet, wenn ihr alles für Collectibles ausgibt, kriegt ihr halt diese Upgrade-Tokens hier nicht, die ihr bei dem Händler kaufen könnt. Also da solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ihr die vorher nicht raushaut. Sonst noch ein kleiner Hinweis zu diesen Horn-Events. Mir wurde gesagt, dass das so funktioniert, dass die nicht wöchentlich sind, sondern anscheinend funktioniert es so, dass ihr am Anfang, wenn ihr noch keine gemacht habt, alle erstmal ledigen könnt. Und die seht ihr übrigens auch nur, wenn ihr in der Nähe seid. Also das hier, die Anzeige ist jetzt von meinem Add-on. Aber normalerweise, wenn ich jetzt hier stehe, dann würde ich diese Events hier sehen, aber nicht die hier hinten spawnen. Heißt, ihr müsst da immer ein bisschen gucken, welche habe ich noch offen und dann in der Nähe rumstehen und schauen, wann die halt quasi spawnen. Jetzt ist es so, dass wenn ihr die alle jetzt mal gemacht habt, dass anscheinend die immer in Clustern sich resetten. Also anscheinend sind es vier Cluster von diesen Events und diese Cluster resetten sich halt dann nach vier Tagen. Also das hängt anscheinend auch hier mit diesen Rares zusammen. Immer an einem Cluster. Ihr seht jetzt zum Beispiel diese fünf Rares hier in dem Bereich, die habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil die heute anscheinend auch nicht da sind. Und immer in dem Bereich, wo am Vortag quasi die Rares nicht da waren, spawnt am nächsten Tag ein neues Set von diesen Horn-Events. Also so soll es anscheinend funktionieren. Bedeutet, alle vier Tage kann man wieder quasi das nächste Cluster von diesen Horn-Events, kann man es nochmal machen. Also man muss wahrscheinlich immer fünf Tage warten, um dann dasselbe Cluster dann wieder zu machen. Also es hat nicht einen kompletten wöchentlichen Reset, sondern halt umschichtigt vier bis fünf Tage Reset. Also die kann ich jetzt morgen wieder machen. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich die dann wieder übermorgen und so weiter. Könnt natürlich dann auch immer eine halbe oder fast eine ganze Woche warten und dann alle auf einmal wieder mitnehmen. Aber so, dass ihr so ein bisschen Überblick habt, wann ihr die quasi mit einem Schar wieder machen könnt. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht der Stress. Ihr könnt das halt auch mit Twings machen und dann alle auf einen Schar schicken und habt dann mit dem einen Schar quasi die Möglichkeit, euch die Collectibles zu kaufen über die Ornamente. Gut, das war jetzt ein bisschen viel Erklärung. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Event-Farmen und dann dementsprechend auch bei dem Mount, beziehungsweise wenn ihr sogar 400 zusammenkriegt, auch fürs Große. Aber da werde ich dann nochmal ein extra Video machen, sobald ich genug gesammelt habe. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.